Leute, traut euch endlich, eure Schwester zu vögeln. Also von uns beiden vögelt nur einer, meine Schwester. Moment. Und damit ein herzliches Aloha von der Datenschnellstraße. Oh. Ach so, ist jetzt Tempolimit? Ist jetzt Tempolimit, ja. Die Grünen haben wieder an den Schildern rumgespielt. Das ist natürlich keine News. Das ist natürlich keine News diese Woche. Noch haben wir kein Tempolimit auf sehr vielen Straßen. Aber wo wir kein Limit haben, ist bei News diese Woche. Und die letzten Wochen, denn es gab zwei Wochen und keine. Das ist genauso unlimitiert wie Robins Arbeitsverweigerungspotenzial. Moment. Und deshalb haben wir letzte Woche keinen Brennpunkt gehabt. Und bei Tinko ist es noch schlimmer, wo ist der eigentlich? Ja, der geht auf ein Festival. Ich glaube, Schwert und Schild geht ja jetzt auch. Ah. Um da Nazis zu klatschen oder so. Nee, ich bin doch richtig oldschool. Ich gehe noch auf Blattgrün und Feuerrot Festival. Mhm, mhm, doch, ja. Ähm, ja, der ist auf irgendeinem Festival, bei dem man vorher nicht weiß, welche Bands da auftreten. Und er hofft auf die Ärzte. Und ich wünsche ihm die toten Hosen. Warte mal, ist das nicht sogar Jammel? Kann sein. Ich habe keine Ahnung. Weil der hat irgendwie kürzlich was in die Gruppe geschrieben von wegen Jammel und der Fürster und da sind immer Bands, die man vorher nicht ankündigt. Aber, was er dazu geschrieben hat, äh, leider gegen Nazis. Also können wir wieder mal nicht auf die Lunikow-Verschwörung hoffen. Schade. Ja, also das ist immer so meine Haupthoffnung, wenn ich auf so Rockkonzerte gehe, wo diverse, wo die Bands halt überraschend sind. Irgendwann sehe ich ihn, irgendwann sehe ich ihn live. Schön. Gibt es den eigentlich oder ist der gerade irgendwie im Knast? Ich habe, was weiß ich. Warum macht denn der keine Vlogs aus seinem Leben? Es wäre doch erschreckend, wenn ich das wüsste, oder? Ja. Nee, schönes Geplänkel, was wir hier machen. Du bist also hier die Vertretung, wie immer, sehr professionell für Tino. Denn wir durften ja nicht eine dritte Woche in Folge den Podcast ausfallen lassen. Eine Woche hatte ich Geburtstag, die nächste Woche war dann irgendwie auch Festival in Hannover. Da war Tino sogar mit, aber das ist uns dann irgendwie zu spät gedormt, dass wir hätten da vielleicht irgendwie eine Stunde aufnehmen können. Aber, mein Gott, dafür sind wir jetzt hier zurück, älter, besser, reifer. Revolutionärer und arbeitsverweigernder. Warum kommt denn das jetzt her? Was ist denn hier Arbeitsverweigerung? Na, also wenn du einen geregelten Tagesablauf hättest, dann würdest du an sowas wie einen Brennpunkt halt denken. Ich denke nur an den Brennpunkt und an unsere Zuhörer, wie zum Beispiel Donnernde Katze, Aakarachukata, ja. Großer Fan des Podcasts und war sehr erschüttert. Thema dran denken, was wollen wir, wollen Macher? Ja. Nicht nur Denker. Und das führt uns auch schon zum ersten Thema. Ich habe nämlich eine Liste von Jugendwörtern gesehen. Oh, ich stimme. Ich weiß gar nicht, ob die echt ist. Die war nur in irgendeiner Gruppe drin, aber da war Macher auf jeden Fall dabei. Und noch irgendwie alte Sachen oder noch Sachen, die ich nie gehört habe. Also, dasselbe wie immer. Die guten alten Jugendwörter. Ja, ein paar sind dabei, die es irgendwie letztes Jahr nicht geschafft haben und dieses Jahr nochmal versuchen. Das ist ja schlimmer als Eurovision Song Contest. Und Gommemode ist halt dabei. Und ich dachte halt wirklich, dass das so ein Nostara-internes Meme ist, weil das keinen anderen irgendwie kümmert. Aber scheinbar ist Gommemode doch relativ groß. Ich bin bei Gommemode inzwischen so ein bisschen unentschlossen. Ich habe natürlich keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Jetzt gibt es natürlich zwei Konsequenzen. Entweder ich fuchse mich da rein und übertreibe es völlig und alles, was ich mache, ist Gommemode. Oder ich ignoriere es halt völlig und ich bin noch nicht ganz sicher, was ich machen werde. Ja, vielleicht solltest du Ersteres machen, denn Gommemode ist von so einem Rapper und das ist ein Lied ursprünglich. Also ich glaube, das Lied ist entstanden, weil halt dieser Minecraft-Youtuber Gomme irgendwann was mal gesagt hat oder so. Und der hatte halt einen Hype, aber der ist halt längst vorbei und jetzt kommt das halt wieder. Also vielleicht können wir diesen Gommemode harvesten, indem wir irgendein altes Video von uns raussuchen, das zu einem Jugendwort irgendwie avancieren lassen und dann zurück in die Relevanz kommen. Ja, ich würde beginnen mit einem ganz klassischen Rezept von unserem Kanal. Also erstmal Gommemode in Real Life, dann einen Gommemode Gamescom-Skandal. Ja. Und dann ganz am Ende... Ja, dann ganz am Ende Drew. Und dann kostet Gommemode David High noch den Hals. Okay. Das klingt nach einem Plan. So machen wir das. Ja, neben Gommemode gibt es halt echt nur viel Dreck, muss ich sagen. Also wenn es Gommemode wird, fände ich bizarr, aber... Also Macher, okay, aber das sind halt alles immer so Wörter, die sind doch uralt. Ich finde... Die Jugend hat keine Ideen mehr. Ja, wir kommen jetzt auch langsam in ein Alter, wo uns das, glaube ich, nicht zu interessieren braucht, oder? Wie die Jugend so spricht. Ich meine, ich kriege das ja mit. Seiten auf Null, weiß Bescheid, weiß ich, weiß ich, mein Schwerbruder, Ehre. Also... Habe ich auch den Anschluss verloren. Ja, aber ich muss doch dranbleiben am Ball, weißt du? Ich muss doch diesen Sprech in meine Streams integrieren, damit ich die jungen Leute zu mir ziehe. So entstehen halt unangenehme Erwachsene, genau durch so ein Mindset. Aber ich trage mein Skateboard nicht über die Schulter. Also, was ist die Woche passiert? Einiges, aber es ist auch die letzten Wochen was passiert. Ja, auch da, auch da. Ja, ich will nämlich als allererstes über was reden, da wollte ich die ganze Zeit schon drüber reden. Das ist nicht die krasseste News, aber wir kommen noch zu dem Trump-Raid, dass Frankreich de facto atomar verseucht ist. Und wir kommen auch zu den ganzen anderen tollen Sachen, die passiert sind. Aber ich muss drüber reden. Und da ihr das jetzt wisst, ihr kurzaufmerksamkeitigen Jugendlichen, könnt ihr jetzt abschalten und zurück auf TikTok. Nein, jetzt kommt nämlich die absolute Empfehlung des Monats. Eine neue Serie. Es sind nur sechs Folgen. Vielleicht ist das auch was für dich. Hattest du Nathan for You geschaut? Nein. Nein, immer noch nicht. Skandalös. Ist das dieser Film, wo man den Trailer nicht gucken darf? Nee, das war wahrscheinlich Everything, Everywhere, All at Once. Genau, habe ich auch nicht geguckt. Das ist okay. Aber Nathan for You habe ich schon sehr, sehr oft empfohlen. Es ist einfach, das ist Beyond Comedy, das ist Beyond Prank, das ist einfach richtig gut. Und jetzt hat er halt noch einen Step weiter gemacht. Ist das der, der diesen fetten Typen in diesen Porzellanladen holt? Genau. Das hast du mir aber einmal gezeigt. Das ist richtig. Also ich kann für die Leute, die es gar nicht kennen, noch mal ganz kurz ein Konzept sagen, als beispielhaft eine Folge. Es sind irgendwie 32, wahrscheinlich so 40 Folgen wird es davon geben, 20 Minuten. Also es ist echt schnell weggeguckt und es ist einfach nur Genius. Jede einzelne Folge toppt die davor und du denkst jedes Mal, what the fuck? So, also ein Konzept ist, er will, also er will grundlegend immer Geschäften helfen, indem er total absurde Ideen pitcht und die Leute denken halt, es ist seriös, aber im Prinzip ist es totaler Schwachsinn. Aber er hat halt diesen Deadpan Comedy, also da wird nie gelacht, deswegen wirkt es halt seriös. So, ein Ding ist, dass es total erfolgreich ist, dass Leute, wenn die in einem Restaurant von einem Prominenten einen großen Tipp, was kriegen wir, Trinkgeld, großes Trinkgeld geben, dann hat dieses Restaurant halt immer einen Hype, ja. Und da hat sich ein Restaurant gemeldet bei ihm, ja, uns geht es nicht so gut geschäftlich und dann meinte er, okay, wir brauchen nur einen Prominenten, der hier ein ganz großes Trinkgeld dalässt. Dann finden die aber keinen, der das macht, dann suchen die sich jemanden, der den Namen hat, aber der halt nur die Kreditkarteninformationen geben würde, das macht keiner, dann suchen die sich wiederum einen, der sich für 1000 Euro den Namen ändern lässt, damit die mit dem Namen dann ein Konto eröffnen können, der dann so heißt und dann suchen die sich einen Impersonator, der halt diese Person, in dem Fall Kramer von Seinfeld, parodiert oder halt persifliert nachstellt, um dann in diesem Restaurant einkaufen zu gehen und da 10.000 Dollar zu lassen. Dieser Typ, der aber für 1000 Euro seinen Namen hat ändern lassen, sagt dann während der Sendung, dass er in der Vergangenheit mal ein Problem hatte mit der Polizei, weil er Geld geklaut hat. Daraufhin kommt die Idee mit ins Spiel, dass die sich für einen Tag lang an Handschellen zusammenfesseln, wenn sie in die Bank gehen und das einzahlen lassen. Du merkst jetzt vielleicht schon, dass es so, ja, um fünf Ecken geht. Ja, das ist halt saupraktisch, das brauche ich halt jetzt nicht mehr gucken. Ja, naja, geht. Es ist halt jede einzelne Folge so und es wird immer absurder. Und jetzt gibt es halt The Rehearsal, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Und die vierte Folge von The Rehearsal hat jetzt so hart mein Gehirn einfach nur verknotet, weil das dann in so viele Meta-Ebenen reingeht. Das will ich jetzt auch gar nicht spoilern, aber ich wollte hier einfach nur mal eine ganz klare Empfehlung aussprechen. Es gibt erst vier von den sechs Folgen, aber die ersten vier sind schon einfach insane. Ist halt nicht so lustig wie Nathan4U, aber es ist, du wirst nichts Vergleichbares irgendwo finden. Okay, dann gucken wir das dann wieder bei dir und dann bist du dann ganz sauer, wenn ich bei den Lieblingsstellen nicht lache. Nee, keine Ahnung. Aber Leute, guckt The Rehearsal jetzt auf folgenden Streaming-Plattformen. Das ist HBO. Ihr habt natürlich alle Zugang zu HBO. Ihr habt es zuerst gehört. Gut, das wollte ich nun mal loswerden. Fühlst du dich jetzt leichter? Ich fühle mich so viel leichter, das ist einfach überragend. Ich habe hier auch noch eine Sache, die einfach ganz großartig ist. Etienne Klein, irgend so ein Wissenschaftler, hat gesagt, hier, das neue James-Webb-Teleskop, das hat ein neues Bild gemacht. Das ist jetzt, glaube ich, schon zwei Wochen her, aber das ist so großartig. Er hat halt einfach ein Foto gepostet von einem Planeten. Eher von einem Stern, oder? Oder von einem Stern, ja. Und stellt sich raus, dieser Wissenschaftler ist so ein kleiner Prankster und es ist einfach nur eine Salami. Salami vor schwarzem Hintergrund auf so einem schwarzen Tisch. Es ist großartig. Ich habe zwei Sekunden gebraucht und da fand ich es auch sehr, sehr lustig. Ja. So, das waren jetzt meine kleinen Sachen, die weiter in der Vergangenheit liegen. Die musste ich einfach ansprechen. Okay. Hier habt ihr es zuletzt gehört. Ist so. Ach so, ein Band muss Konzert abbrechen, weil weiße Musiker Rasters tragen. Aber da reden wir demnächst über den Hörerwunsch drüber, denn wir haben eine Person gefunden, die über kulturelle Aneignungen mit uns reden möchte. Kriegst schon wieder Herzkammer flimmern. Ist so. Aber ich will es so genau schon wieder gar nicht wissen. Was ist auf einem Teleskop noch so passiert? Weiß ich nicht. Ist da was passiert? Oder, naja, besser gesagt auf einem Satelliten. Der hat Frankreich fotografiert. Ach so, ja. Und so wie das bei einer gewissen deutschen Partei ähnlich ist, Frankreich war mal grüner. Mhm. Und jetzt ist es brauner. Okay, gut. Das haut natürlich jetzt nicht hin mit dem Gleichnis. Mhm. Also wir haben hier, das hast du mir gerade geschickt, ein Foto von Juli 2021. Das ist alles einigermaßen grün. Und ein Foto von Juli 2022 und das alles so braun und verwelkt und vertrocknet. Ja. Das könnte man jetzt natürlich auf Juli 2023 extrapolieren, aber ich sag halt, meine Güte, manchmal ist es halt warm, ne? Wo ist euer scheiß Problem? Das ist jetzt kein Grund, die Politik zu ändern. Und wer baut denn eigentlich einen Ofen in einen Wald? Ich hab gedacht, weißt du, als Trump aus dem Amt geflogen ist, hast du gesagt, ich dachte, jetzt reden wir einfach nicht mehr über den. Ich dachte, es ist endlich geschafft und jetzt holst du den Laschet raus. Ey, aber der Laschet, der ist ja halt auch jetzt wirklich tot. Also den hier hervorzuholen, ist ja fast schon nostalgisch. Das stimmt. Die gute alte Zeit, ne? Erinnert euch noch an die 16 Jahre Dystopie in unserem Land? Das war toll. Mhm. Es ist so viel Scheiße passiert und keiner hat was gemacht. Naja. Ja, aber bevor wir zur deutschen Katastrophe kommen, aka Laschet, also es ist ja auch so eine atomare Sache da, ne? Genau. Und da hat, äh... Das sieht man auf dem Satellitenbild nicht, aber das Wasser ist halt auch nicht so gut dabei. Genau. Ein Fan aus der Nostara-Wohlfuhloase, kann man sich für drei Dollar im Monat reinkaufen, hat einen Beitrag reingepostete, äh, ach, jetzt wollte ich die Drachen laut sprechen, gepostete, das ist total dumm, das geht überhaupt nicht, egal. Wo drin stand, dass die Franzosen, die ja ihr geilen Atomkraftwerke haben, die sind ja wirklich, das ist ja das Geile, ne? Die sind nicht so wie Erneuerbare, das heißt, die laufen immer, und die sind nicht so wie Fossile und machen keinen, äh, hier Umweltschaden. Nicht, denn jetzt werden die Flüsse dazu warm und alle Fische sterben und da riecht es übelst eklig. Ja, und, ja, also die Flüsse werden nicht zu warm als Folge der Atomenergie, sondern sie können halt gerade nicht so gut kühlen. Genau, also... Das ist ja das Ding. Also doch auch. Das heißt, also da die Flüsse zu warm sind, können sie natürlich nicht kühlen, aber dadurch, dass trotzdem gekühlt werden muss, weil sonst schlimme Dinge passieren, werden die Flüsse wärmer, plus die sind eh total ausgetrocknet, das heißt, es ist einfach zu wenig Wasser da. Haben die mal versucht, einfach so ein paar Kühlschränke da offen gegen die Fassade zu lehnen oder sowas? Genau, das könnte man probieren, äh, oder halt ein bisschen mehr Wasser in die Flüsse lassen, das verstehe ich halt nicht, warum das nicht einfach macht. Hm. Man könnte sagen, also die ganze... Es gibt ja überall Hydranten und so, also, hä? Einfach, einfach in die Flüsse pissen. Ja, aber dann werden die ja nicht kälter als 28 Grad. Hm. Mist. Ja, da haben wir einen Konundrum. Ja, also, die wohlgefeierte, wie heißt der Typ, äh, Macron, äh, Regierung, hat jetzt vielleicht doch nicht aufs richtige Pferd gesetzt. Natürlich kann man jetzt wieder sagen, ja, ist natürlich länger schon diese Atomkraftwerke. Dennoch stellt sich raus, dass das mit den Solarfeldern und diesen Windenergie, äh, Windrädern ja irgendwie doch ganz gut klappt, wenn man mal länger als, äh, vor die eigene Fußspitze denkt. Das ist doch ein Sprichwort, oder? Man sollte ja immer länger als vor die eigene Fußspitze denken. Vor allem so, wie Frankreich jetzt aussieht, da sind nicht mehr so viele nervige grüne Bäume im Weg, die die Sonne blockieren, die auf die Solarzellen drauf fallen will. Genau. Das ist super. Genau, das sind diese Kalatimitätsflächen und da kann man ja wohl mal Windkraftparks ausweisen. Ich bitte darum. Was heißt denn hier, Gasspeicher ist voll, wie sie am 1.9. sein müssen? Haben wir jetzt einen Monat gesaved oder was bedeutet das? naja, einen halben. Also, wenn ich das jetzt richtig gelesen habe in den News, äh, Thema, äh, wir steigen aus den Fossilen aus. Wir haben jetzt wieder mehr Gas. Ähm, um die Überleitung noch mal zu machen. das ist aber schon mal schief gegangen. Ups, nix kriegen die hin da oben. Nee, das habe ich nur gerade, ich habe gerade, also Robin sagt, eine halben Stunde ist Brennpunkt, bereite ich mal vor und dann denke ich so schwitzt, ne, weil es uns wieder in den Kommentaren heißt, öh, der Herr Rodes, der hat gar keine Ahnung, von was er redet und ich habe dann so ein paar Minuten Zeit, mich vorzubereiten jedes Mal und das habe ich so ein bisschen durch die News durchgescrollt und eine davon ist halt, dass das mit dem Gas jetzt irgendwie doch einigermaßen hinhaut, zumindest noch und dass wir, und dass wir keine allzu große Angst, äh, jetzt, Status jetzt haben brauchen, weil diese 75 Prozent, die in diesen Gasplanen drin sind, zum 1.9. aktuell fast erreicht sind. Ja, aber supergeil, da können wir ja jetzt wieder voll verschwenderisch sein. Dann können wir jetzt nämlich die Freibäder wieder richtig schön auf 50 Grad hochheizen, ja, das braucht jeder. Ne, also teuer bleibt es ja sowieso, weil die ja nicht aus Russland, also weil viel mehr nicht aus Russland kommt, der ja deshalb halt teurer ist, aber das nur am Rande. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, ob die Leute sich so für Gas interessieren, aber schreibt es in die Kommentare. Gibt es Gasinteressierte in den Zuschauerrängen? Bitte lasst es uns wissen. Okay. All Things Gas. Geh in die, euer Lieblingspodcast. Gas.internet. Ne, warte mal. Brenn.gas. Netz. Ja, ist die Pipeline? Egal. Gut. Das ist doch sehr schön. So, jetzt hatte ich gerade was getrunken, jetzt bin ich wieder da. Welche Pipeline? Na die, die schlechte, die aber doch nicht so schlecht und dann doch wieder. Die Nord Stream. Genau, genau. Nord Stream Internet. Es gibt jetzt auch schon diverse neue Ideen, was man mit der Nord Stream alles anstellen konnte. Wir hatten jetzt die Wasserrutsche, Rohrpost. Ich hatte kürzlich noch was und ich habe gehofft, dass ich jetzt drauf komme, aber ich komme nicht mehr drauf. Ist ein riesen Downer. Egal, mach nächstes Thema. Na, es gab doch diese Rutsche oder hat es das mitgekriegt, die Rutsche, bei der Frauen nicht rutschen dürfen? Ah ja, da war ein Fan, ein Nosterer Fan aus der Nosterer Wohlfühle, also drei Dollar im Monat, letzte Woche, in diesem Freibad. Und ich weiß nicht, ob er es selbst erzählen möchte, aber irgendeiner in diesem Bad, in diesem Hallenbad, hat sich wohl auch, auch als männlicher Benutzer dieser Rutsche untenrum wehgetan. Oh. Also am Hallen oder am Säckchen? Wer weiß, wer weiß. Wie gesagt, das wurde mir aus zweiter Hand zugetragen, das soll die Person ruhig selber erzählen. Dennoch, es gibt eine Rutsche in Deutschland, wenn man die runterrutscht, also die ist für Frauen gesperrt, weil wenn man die runterrutscht, man sich halt untenrum übel verletzen kann. Ja, das wird halt mit Hochdruck da reingeprescht. Und meine Idee war jetzt einfach, wenn man das vielleicht da mit an die Pipeline anschließt, ist, dass man quasi länger ausfährt. Ach so. Na, ich hatte auch einfach überlegt, ob man diese Rutsche an Italien oder Frankreich anschließt, dann haben die auch direkt ein bisschen mehr Wasser. Wenn das so mit so einem hohen Druck da geht, dann passt das doch. Ja. Dann machen wir das so. Das ist ja schon wieder hier überragend. Ich will auf jeden Fall über GTA 6 sprechen, weil das ist irgendwie an allen so ein bisschen vorbeigegangen. Ja, dann musst du jetzt aber mal eine schicke Überleitung basteln. Ja, jetzt rede ich mit dir noch nicht drüber. Ich setze mich jetzt in die Pipeline und die endet dann in Vice City. Ah, logisch, klar, natürlich, also. Übrigens ist gerade eigentlich Ebbe in der Nord Stream. Ist gerade eigentlich überall Ebbe, ne? An der Ostsee, ist ja egal. Also, GTA 6 wurde konfirmt, auch, dass man eine weibliche Latina als Hauptfigur haben wird, wahrscheinlich aber zusammen mit ihrem Zwillingsbruder, die so Bonnie und Clyde mäßig durch die Stadt ziehen, durch, es wurde nicht Vice City genannt, aber halt Miami plus Umland und es sollte eigentlich viel, viel größer werden und große Teile von Nord- und Südamerika auch zeigen. Also, ne, warte, nicht Nord- und Südamerika, Nord-USA und Süd-USA Staaten. Das war das. Aber das war dann doch zu ambitioniert und jetzt hat man sich entschieden, was ich sehr, sehr geil finde, dass es sehr viel mehr offene, begehbare Häuser geben wird. Das hat mich immer so ein bisschen genervt bei so einem sonst sehr immersiven Spiel. Ja, wie bei San Andreas, wo du viel in so Fitnessstudios rein konntest und so. Ja, genau. Und wenn das vielleicht auch noch gleich ohne Ladezeiten ist, dann richtig geil. Der Release wurde angeblich auf zwei, also nicht, die sagen von sich aus zwei und, äh, aber das glaube ich nicht. Also, ich sehe es nicht vor 25, vielleicht 26, aber wer weiß. und, ähm, ich bin, ich bin überrascht, dass das halt nicht so ein Riesenthema war. Also irgendwie, also gut, es gab keinen Trailer, aber ich dachte so, nach, was ist jetzt irgendwie zehn Jahre GTA 5, wäre das irgendwie schon irgendwie ein relevantes Thema, über das alle sprechen. Naja, die haben wir so einen Brennpunkt noch nicht gehört, weil jetzt zweimal ausgefallen ist, ne? Ach so, ja gut, das gibt es. Du sagst, es gab keinen Trailer. Nee. Ja, darin wird es liegen, nehme ich an. Ja, es kam halt in Folge dessen, dass sie ihre, ihre ganze Arbeitsstruktur etwas geändert hatten. Die hatten halt sonst immer so Crunch-Probleme, also, dass man krass Überstunden fährt und so und auch, dass, also es hieß so Fred-Boy-Culture, dass man so, so, ja, wie die Leute, als Kalle damals in Stuttgart gewohnt hat, diese, diese Burschen auf dem Vesperstüb, weißt du, diese, nee, weiß ich gerade nicht. Naja, so wie man die, die Klischee, äh, Football-Spieler in Amerika sich so vorstellt, so diese Attitüde, weißt du? Äh? Meinst du, äh, okay, kennst du nicht. So ein, so ein, so ein krassen Jockey, so ein, ey, ich bin Football-Spieler, ich bin krass, halt so Testosteron, äh, äh, äh. Das, das war scheinbar da in, in dem Entwicklerstudio so ein bisschen an der Tagesordnung. Ah. Und da haben sie jetzt angeblich mit aufgeräumt und haben komplett umstrukturiert und wollen sich jetzt auch in den Spielen ein bisschen weniger über Minderheiten lustig machen, sondern eher nach oben treten statt nach unten, was auch immer das heißt. Aber wo bleibt da der Spaß? Ja, weiß ich auch nicht. Naja, okay, wir werden ja sehen, also das Vertrauen in Rockstar ist immer relativ hoch und ich hoffe natürlich, dass dieses Ding mit dem Testosteron endlich mal ein Ende nimmt. Ja. Und dann wird das, glaube ich, ein gutes Spiel. Mehr Östrogen, please. Ja. Auf der Seite stehe ich. Scheiß, scheiß auf Frankreich, was ja irgendwie am Krepieren ist, aber wenn Rockstar nicht mehr Minderheiten beleidigt, dann wissen wir, wir sind am Ende dieser Zeitlinie. Also, wenn Rockstar aufhört, Minderheiten zu beleidigen, dann sollen sie wenigstens ermöglichen, Kinder zu treten. Finde ich auch, das fordere ich auch seit mindestens drei Spielen. Okay, vielleicht kommt das ja. Ich hatte da ja schon öfter eine Diskussion auch mit Tino drüber, also, früher oder später wird dieses Tabu sowieso gebrochen, also dann lieber früher. Na gut, das kannst du bei allen Sachen sagen. Ja. Früher oder später kann man eh mit seinen Geschwistern schlafen, so, warum nicht jetzt? Ja, also, also muss ich jetzt nicht haben. Aha. Aber rein theoretisch wäre mir das egal, wenn dabei halt kein Kind entsteht, das kannst du halt natürlich nicht garantieren, aber da bin ich vielleicht jetzt, vielleicht ist das ein kontroverses Fass, was ich hier öffne, aber wer bin ich, das denn den Kindern, den Geschwistern zu verbieten, weißt du? Exakt. Vielleicht passiert das irgendwann mal, aber stell dir vor, deine eigenen Kinder, wie schweifst du dir total ab? Ich hab mir immer so gedacht, ja, das ist, glaube ich, wie mit dem Schwul damals, wenn jetzt seine eigenen Kinder plötzlich anfangen, irgendwie miteinander rumzuromanzeln und, und alle irgendwie, alle Jungen sagen, ja, das ist doch ganz normal und das ist bunt. Ich fände es halt trotzdem eklig und ich glaube, das ist das Problem, was die Leute, die älteren Leute, die homophob sind, heute haben, weil die das halt anders gelernt haben, aber wir schweifen übelst ab. Ist richtig, aber ich finde es gerade interessant, weil ich finde trotzdem, selbst wenn es legal wäre, ich glaube, es wäre einfach sehr, sehr, sehr viel seltener als homosexuelle Liebe. Ja, aber wenn die Leute sich endlich mal trauen, guck mal, wie viele Non-Binary es vor 20 Jahren gab. Leute, traut euch endlich, eure Schwester zu vögeln. Also von uns beiden vögelt nur einer, meine Schwester. Moment. Und das Publikum darf entscheiden, wer. Okay, schön. Also GTA 6, wir freuen uns alle, hoffen, dass man Kindertöten und Schwestern vögeln kann. Und dass es vielleicht sogar wirklich 2024 rauskommt, aber du hast ja schon die Rockstar-Uhr gestellt, dann wohl eher 26. Also, dass das nicht verschoben wird, halte ich für unwahrscheinlich, aber vielleicht denken die das ja auch und denken, boah, das schaffen wir ja locker 23. Aber wir datieren das schon mal auf 24 und easy. Das wäre natürlich ein Fuchs-Buf, du. Ja. Ich weiß nicht, wie du zum Thema, was gerade gar nicht feststeht, Zellert, das neue Breed of the Wind, das kommt ja, wird ja auch für dieses Jahr ankündigt, kommt nächstes Jahr. Stehst du da neutral zu oder findest du das cool? Nein, ich habe das nach wie vor auf meiner Liste, dass ich das irgendwann mal spielen muss, weil alle mich halt da voll haben, das würde dir so gefallen und das ist teilweise wie Dreckens Dogma und so. Ja, stimmt. Aber ich habe halt einfach keine Switch und, ähm, Es gibt in der Tat Gegner, auf die man draufklettern kann. Doch, das würde ich total hypen. Man kann auch Sachen schmeißen. Siehst du? Es ist eigentlich Dreckens Dogma 2, der verschollene kleine Bruder. Hm. Ja, ich werde das früher oder später auf jeden Fall mal spielen. Ach und, das gibt es auch für die Wii U. Demzufolge wahrscheinlich auch den zweiten. Ja gut, die Wii U ist halt eine completely unique experience, der ich leider gerade nicht, ähm, dagegen übere. Achso, okay. Aber das nur dazu. Wie kommen wir denn jetzt von GTA auf, äh, in meinem Viertel wurde einer erschossen? Hm. Keine Ahnung. Nein, das ist auch gerade, was ich im Rahmen der Recherche nur gelesen habe. Es gab einen Fall von, äh, Totschießung bei mir um die Ecke. Also, ich bin ja in Dortmund, äh, Nordstadt wohnhaft. Ja. Ganz kurz, denn aus seiner Nachricht konnte ich nicht hervorlesen, ob, also, ob die Polizei eben jene Waffe hatte oder der Täter oder was auch immer der Migrant oder ich weiß nicht, warum die Polizei da hat. bei mir um die Ecke einen mit einer Maschinenpistole abgeballert. Ja. Hat die Polizei die Maschinenpistole geschossen oder hatte er eine in der Hand? einen mit einer Maschinenpistole. Nee, die Polizei hatte wohl die Maschinenpistole. Echt, ja? Ich hab die News wirklich gerade erst vor einer halben Stunde recherchiert. Und der ist wohl irgendwie, also, hieß es wohl, hier ist einer mit dem Messer, der ist 16. Oh. Und dann hat die Polizei gesagt, wirf das Messer weg. Und er so, was ist diese Sprache? Und dann wurde die Polizei sauer. Und dann hat er gedacht, warum werden die sauer? Und dann direkt zwei Magazine reingeladen aus der gleichen Waffe. Und, ja, also ich glaube, der Knackpunkt ist der Sachverhalt, dass halt wir hier sehr bunt sind in Dortmund-Nord. Also, da spricht, da gibt's eine sprachliche Vielfalt. Und das ist total schön. Und da passiert halt dummerweise so was und dann hat die Polizei erst... aber hat das wirklich ein Missverständnis gewesen oder was? Der ist jetzt mit einer Maschinenpistole erschossen worden wegen einem Kommunikationsproblem oder was? Na ja, also vielleicht hätte er das Messer fallen lassen oder ähnliches, wenn er die Anweisung verstanden hätte. Aber was genau war, weiß ich halt auch nicht genau. Ich stell mir das nur von den Informationen, die ich habe, so vor, dass er nicht verstanden hat, was die Polizei will und die dann gesagt haben, hier, und die dann vielleicht mit Pfefferspray oder Tasern halt bedroht haben. Der hat dann gedacht, hey, warum machen die das? Ist dann auf die losgegangen und die Polizei dachte sich, ach, wir wollen nicht unbedingt Messer weggemessert werden und schießen nun. Warum die dafür eine Maschinenpistole genommen haben, das weiß keiner. Also, 16-Jähriger und fünfmal getroffen steht hier, das ist halt schon ein bisschen Overkill. Also, wenn man ein Messer hat, kann man vielleicht auch erst mal ins Bein schießen oder so. Ja, man weiß halt, ja, sehe ich genauso. Man kennt natürlich den Eifer des Gefechts nicht und natürlich wurde auch wieder so ein Riesenpolizei-Gewaltfass aufgemacht. Aber die Nordstadt ist nun mal die Nordstadt und man findet sich hier sicherlich nicht besonders sicher als Polizist und reagiert dann lieber mal zu schnell als zu langsam. Dennoch, es ist jemand gestorben und so. Wäre schön, wenn man das hätte vermeiden können. Ja, dann hoffe ich mal, dass du da nicht mal mit einem Messer rumläufst. Nee, ich bin ganz im Gegenteil stets mit einem Maschinengewehr ausgerüstet. Das ist vernünftig. Und kann Deutsch. Okay. In Maßen. Wer nicht Deutsch kann, ist Donald Trump. Ich muss jetzt da noch mal hinleiten, weil das ist halt schon, also das ist auf jeden Fall was, was die Wertung sehr hoch... Hat er nicht sogar ein Opa aus Deutschland? Ja, Herr Trumpf oder so, ne? Opa Trumpf. Opa Trumpf. Geil. Wir hätten ihn warnen können. Auf Deutsch. Ja. Äh, nee, also da ist jetzt tatsächlich mal endlich was Handfestes passiert, weil es war immer so, ich hab halt grad wirklich braindead, wie ich bin, Opa Trumpf gegoogelt. Geil. Optical Parametric Amplifiers, Trumpf Scientific Lasers. Hammer. Mach dir, mach dir so ne, äh, äh, warte jetzt, mich kurz überlegen. Opa Trumpf 2025 Mütze. Hm. Ja. Schön. Ne, es ist tatsächlich mal was Handfestes passiert und es war sonst immer so, ja, eventuell könnte Trump jetzt legal, hm, bisschen Probleme bekommen, vielleicht der ein oder andere Richter hat schon mal mit einem halben Auge nach ihm geschielt. Was verdreht's denn jetzt wie Gronkh? Weiß ich auch nicht. Das ist halt immer dieses Gelaber, ey, das ist mir eigentlich immer egal gewesen, bis was Handfestes passiert ist, aber, dass das fucking FBI bei einem ehemaligen Präsidenten unangekündigt einfach das Haus stürmt und ein Safe aufbricht, da muss schon sehr, sehr viel im Argen sein und da müssen die sich eigentlich auch sehr sicher sein, was zu finden, damit das passiert und das ist auch passiert. War der Donald Trumpf da zu Hause? Der war, glaube ich, auch zu Hause. Es gab auch so einen Livestream von irgend so einem, ich glaube, Reuters oder so vor der Tür. Vielleicht hast du das Bild hier in der Oase gesehen, da war so eine Dame, die einfach einen übertrieben großen Make America Great Again Hut auf hat und die steht da und will da ernst genommen werden, wenn sie sagt, hier, das ist alles eine Verschwörung gegen Trump. Es ist ganz, ganz absurd. Die Leute müssen einfach lernen, dass viel zu große Sachen witzig aussehen. Ja. Das ist das Kanalkonzept von Noserrafo TV. Also, Donald Trump hat gerade gestreamt. Dann ist hinten die Tür aufgeflogen. Ja. Er wurde gestreamraded, oder wie das heißt, Nege. Okay. Wie heißt das, wenn man, heißt das Stream Raid? Raid ist ja was anderes. Egal. Also Trump, ich muss mir das gerade vorstellen, Trump sitzt quasi gerade zu Hause an seinem Tisch, trinkt seinen Koffeefe und plötzlich springt die Tür auf. Er kommt durchs Fenster rein, geswattet. Ah, okay. Also, Swat ist ja nicht das gleiche wie FBI. Schade. Das FBI ist ja das Federal Bureau of Intelligence oder so. Keine Ahnung. Ja, und die sind da rein, haben ein Safe auch gebrochen und der Grund ist, höchstwahrscheinlich, weil, dass die National Archives, also die, die, die nationalen Bibliothekare, die so die ganz wichtigen Dokumente verwalten, die, die harten Nerds, die haben festgestellt, dass ganz wichtige Dokumente fehlen und dass die augenscheinlich der Herr Donald mitgenommen hat. Mhm. Und, äh, die wurden wohl auch sichergestellt in seinem privaten Haus, sehr gut versteckt, in einem Safe, offensichtlich. Und was stand da so drinne? Ich weiß nicht, was es ist. Das ist absolut keine offene Information, aber es sind halt Sachen, die man nicht einfach wegnehmen sollte. Und was steht da tendenziell drinne? Also so, wann das Land gegründet wurde oder welche wichtigen Informationen, wer, wer 9-11 gefakt hat? Möglich. Es wäre ziemlich witzig, wenn da, wenn da irgendwie so Area 51 Sachen oder so, die geklaut hätte oder einfach nur die Original Kopie der Verfassung oder sowas. Joa, aber die würde ich mir eher so, schick irgendwo hinstellen und auf Ebay versteigern, aber auch nicht im Safe. Oder vielleicht geht die im Wert noch hoch. Wie auch immer. Das wäre mal interessant. Ja, also ich glaube nur, dass es jetzt tatsächlich wirklich mal was Konkretes ist. Deswegen ist das für mich schon ein Riesending die Woche. Und auch sonst sieht es für ihn tatsächlich schlecht aus für die Wiederwahl. Denn alle wenden sich gerade so ein bisschen ab, außer natürlich seine Die-Hard-Leute. Aber die Republikaner merken auch, okay, also die Normies wählen halt niemanden, der dauernd in den Nachrichten ist, weil sein scheiß Haus geradet wurde und so. Und deswegen glaube ich, dass man sich von ihm abwendet. Also was für mich als einziges wichtig ist, wie wahrscheinlich ist, dass der nächste Präsident wieder einer wird, der aus dem Pariser Klimaabkommen austritt. Weil ich glaube, das ist schon wahrscheinlich tatsächlich. Ach so eine Grütze. Also aktuell sieht es so aus, als wird es Ron DeSantis. Kann natürlich noch viel passieren. In 90 Tagen ist erst mal Midterm-Wahl. Das hat aber nichts mit dem Präsidenten zu tun. Da werden wahrscheinlich die Republikaner wieder Mehrheiten bekommen. Ja, und Ron DeSantis ist der Governor von Florida. Also die ganz die ganz wilden Leute. Florida ist ja das Meme. Das Saarland. Ist der Governor sowas wie der Ministerpräsident? Ja. Okay. Und ja, der Governor ist das, was der Governator mal war. Der Arnold von Kalifornien. Ja, inwiefern mir das jetzt weiterhilft. Na gut. Okay, ja, das ist auf jeden Fall ein Event gewesen. Okay, und was macht dieser Florida-Mensch jetzt? Der ist einfach in den Umfragen sehr weit vorne und da Trump halt jetzt abgeschoben wird. Der ist halt, das Ding ist, abgeschoben, aber bitte nach Mexiko. Ja, hinter die Mauer. Ja, genau. Der muss die Mauer von der anderen Seite aus verputzen. Yay. Ne, der ist halt genau wie Trump, nur halt clever und das ist so ein bisschen das Problem. Shit. Ja. Aber vielleicht wählen die Leute auch keinen, der irgendwie schlau ist. Aber vielleicht, naja, mal gucken. Wir werden das alles sehen. Aber mit etwas Glück ist bis dahin der Klimawandel schon so weit vorausgeschritten, dass das dann gar kein Problem mehr ist. Okay. Perfekt. Dann haben wir das Problem auch gelöst. Dann ist Frankreich endlich auch mal weggebrannt. Was noch viel wichtiger ist, was weggebrannt werden muss, ist die Karriere von ApoRed. Denn hier haben wir ein weiteres sehr großes Thema die Woche, bei dem ich aber mich sehr auf das verlasse, was du jetzt sagst, weil ich hab nur ein halbes bis dreiviertel Video gesehen. Die absolute Hops-Nehmung durch Mimmi mal wieder von ApoRed. Viel zu witzig, also mich würde ApoRed einen Scheiß interessieren, aber für mich ist es halt Entertainment. Ich würde nicht sagen, oh was, der ApoRed, der verarscht die alle schlimm, schlimm. Nee, ich finde das ganz lustig und ganz ambienzant anzusehen, dass es dann einen gibt, der sagt, ich bin so reich, ich hab so Autos, ich hab so Häuser und ihr frontet mich alle nur, weil ihr neidisch seid. Also so ist Mimis Video aufgebaut. Guckt das. Entschuldigung an ApoRed Teil 7. Ja. Ihr hattet jetzt die Chance, jetzt kommen die Spoiler. Stark. Den Anfang hab ich auch noch gesehen, aber hat der irgendwie früher mal gesagt, wie der genau an die Kontoauszüge herangekommen ist oder was ist das für ein Move? Genau, also Mimis hat irgendwoher die Kontoauszüge von ApoRed und kann halt ziemlich deutlich machen, dass er naja, nicht unbedingt höhere Geldbeträge überweist, um nicht pfändbar zu sein, sondern eher so mal 4000 Euro oder so wegschafft an einen Kollegen und dass der weit davon entfernt ist, jemals eine Mille gemacht zu haben, weit davon entfernt ist, Häuser zu haben und weit davon entfernt ist, viele Autos zu besitzen und das halt auch aufs Peinlichste versucht, also ApoRed versucht aufs Peinlichste diesen Mythos aufrecht zu erhalten, indem er bei irgendwelchen Kollegen oben im Penthouse, wo er unten so eine kleine Wohnung hat, geht er hoch ins Penthouse und sagt, ja hier ist meine große Küche und alles und dann lehnt er sich auf irgendwelche fremden Autos und sagt, hier das ist meine Karre XY, ja 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 und dann heißt es, hey warum setzt er dich nicht rein und er zeigt halt so Fotos, wie er in irgendeiner Karre auf dem Beifahrersitz sitzt oder wie er irgendeine Karre fährt, wo man vorne noch das Miles-Logo, also es ist so ein Ja das ist genau da habe ich gesehen, wo man das noch sieht und es ist für mich einfach total amüsant, weil was wirkt mich dieser Typ, also es ist jetzt nicht so, dass meine Welt irgendwie zusammenbricht und ich mich total bestätigt fühle, aber eine Art von Video, über die ich mich, ich meine es geht natürlich gegen eine Person, aber wenn diese Person halt sowas macht, dann kann man sich da irgendwie selbst, es ist so ein Little RTL glaube ich, wenn ich ehrlich bin. Naja, ich finde es schon mehr als das, ich finde es gut, dass es das gibt, dass vielleicht der ein oder andere dann doch zweimal überlegt, bevor er irgendeinen Scheiß macht, weil alle sehen es halt und können vielleicht Dinge nachweisen, also, ja, Apparat muss halt, habe ich ja dir auch geschrieben, es muss ja richtig weird sein, so, dass du richtig paranoid wirst, irgendwas hochzuladen, wenn jedes einzelne Video direkt gesaved wird auf irgendeiner Festplatte und jedes einzelne Wort genau analysiert wird und das Datum bei allem dazu steht und so, das macht glaube ich paranoid. Ja, auf der anderen Seite war ja zwischendurch auch die Frage, ob das, ob Mimi es dabei überhaupt so gut geht, gerade bei der Leon-Sache, wo er dann wirklich, wo es dann wirklich gefühlt um Rache ging und sich Mimis ganze Leben scheinbar nur darum drehte, ich sehe es nach wie vor als Comedy, Mimi verdient mit dem Kanal Geld und kann seinen Merch vertreiben, und insofern will ich da auch gar keine Ferndiagnosen erstellen. Ja. Aber ja, ich als ApoRed würde mich jetzt, also ich weiß nicht, wie lange er noch in diesem Konstrukt bleiben möchte, ob er sich auch ähnlich wie Leon einfach komplett zurückzieht oder ob er die nächste Lüge baut und das nächste Video kommt, ich würde es mir wünschen. Es gibt ja wirklich Leute, heißt das im Deutschen auch pathologisch, Pathological Liars, die halt quasi gar nicht anders können. Das ist ja wirklich ein sozusagen Krankheitsbild oder zumindest irgendwie psychologisches was auch immer. Das ist halt wirklich einfach, du kannst das gar nicht anders. Vielleicht ist der einfach so ein Typ. Aber ich muss sagen, die Figur, die er da quasi verkörpert, wenn man die so ein bisschen, kleines bisschen noch überspitzen würde mit so einem Augenzwinkern, fände ich das richtig witzig. Also so offensichtlich, hey ho, hier, guck mal, hier sind meine teuren Sachen und so. Na, dann bist du bei Moneyball. Na gut. Der ja auch immer mit Moneyball fand ich nicht ganz so geil. Ja, ich glaube, der hat auch viel länger mit Sachen geflext, die er gar nicht hat, bis er sie dann vielleicht doch zum Teil hatte. An dem fandst du nicht gut? Ja, okay, aber es hat mich nie so hart geflasht. Okay, ich mochte den Humor dahinter sehr. Vielleicht ist es, weil ich da keinen persönlichen Bezug zu habe, weil bei MCM ist ja auch relativ oft das Gleiche, sag ich mal, aber da finde ich es entertainender. Ja, MCM flex nicht mit seinen Autos, sondern halt mit seinen PS4s, ne? PS5, aber ja. Ach scheiße, siehst du, ich bin einfach alt, ich komme mit den ganzen Playstations durcheinander. Ja, die sind halt so schlecht nummeriert, ne? Als ich so alt war wie du, gab es noch 151 Playstations. Mhm. Ja, die Xboxen sind viel besser durchnummeriert, da kann man sich das besser merken. Ich widerspreche. Zähl mal bitte die Xboxen auf, von vorne nach hinten. Von vorne nach hinten, also von alt nach neu? Ja. Xbox Classic, Xbox 360. Mhm. Bis dahin kann ich auch. Xbox One. Echt? Ja, okay. Und dann schon Xbox Series X, da habe ich aber diese ganzen Unterdinger nicht mit reingenommen. Ja, gab es da nicht eine, die irgendwie Xbox X, Series X, X, HD, X, irgendwas so. X-Kalibur, ja. Ja. Geil. Doch, äh, gut, gut nummeriert, aber es gibt nur vier Xboxen demnach. Gibt es keine fünfte Generation. Äh, die Xbox ist ja erst gestartet, als die PS2 da war. Ach, true. Die ist ein bisschen quasi da ein bisschen verschoben um ein Stück weit. Ah, der Bill Gates, der hängt hinterher. Ich glaube, der Bill Gates macht schon ganz lange keine Xbox mehr. Doch, doch. Das ist sein eigenes, eigentliches Herzensprojekt. Ah, okay. Dieses ganze Polio ausrotten, das ist nur so, ah, wenn es sein muss. Aber das ist, die Xbox ist für mich einfach eine Konsole, die uninteressant geworden ist. Mhm. Ja, also, die, äh, Bethesda-Leute haben ja einen Exklusiv-Deal mit, ähm, Microsoft. Jawohl. Und, das heißt, die ganzen nächsten Fallouts und wahrscheinlich auch das nächste Skyrim, also das nächste Elder Scrolls, kommt dann nur auf diesen Konsolen exklusiv. Und das heißt, deine Schwester muss dann schweren Herzens eine solche Konsole nehmen. Ja, oder einfach zwei Monate warten, bis Microsoft merkt, dass sich das echt negativ auf die Verkaufszahlen äußert und dann doch einen Port bringt. Das wäre natürlich gut. Mal gucken. Äh, wo wir aber grad bei Gaming sind, ich fand das ganz nett hier, eine, es gibt zwei richtig schöne Meldungen noch, nach, warte, ich glaube, 28 Jahren war es, ich drück noch mal kurz auf den Link. Es gibt ja manchmal so Cheats oder so versteckte Sachen. Mhm. In Videospielen. Es sind 28 Jahre. Nach 28 Jahren wurde ein versteckter Zwei-Spieler-Modus entdeckt in Super Punch-Out. Äh, das ist halt schon insane, weil man würde sich vielleicht denken, so ein Zwei-Spieler-Modus ist vielleicht ein Selling-Point für ein Videospiel. Aber der war halt einfach versteckt. Ich sag dir eins, jetzt gehen wahrscheinlich die ganzen Super Nintendo und Super Punch-Out-Verkäufe richtig hoch. Wahrscheinlich. Wie kommt man da dran, weißt du das? Also an diesen Modus? Ich weiß es grob, also man muss halt auf dem, auf dem Fight Select, warte, Fight Select on the title screen, Y plus R on Controller 2, dann start auf Controller 1. Äh, Zwei-Spieler-Modus im Charakter-Info-Screen B plus Y auf Controller 2, dann start auf Controller 1. Es ist halt super komisch. Meine Vermutung ist, dass das ein geplantes Feature war, das sie dann aber drin gelassen haben, aber im Release nicht drin haben wollten, weil es aus irgendwelchen Gründen vielleicht nicht so gut geklappt hat. Vielleicht war es buggy, ja, und die haben es nur zum Testen gehabt. Genau, also so klingt es halt. Es ist ja häufig, also früher waren ja Cheats aus diesem Grunde da, dass man Level skippen konnte oder so. Ja, ich finde das so krass, weil es gibt halt in sehr viel größeren Spielen wurden so krasse, kleine, versteckte Details gefunden. Bei Elden Ring zuletzt halt irgendeine random Wand oder so, die du zerschlagen kannst, wo nichts darauf hinweist. Du musst quasi einfach die ganze Welt einmal vor jede Wand schlagen, um das finden zu können. So was wird halt innerhalb von wenigen Wochen gefunden und das nach 28 Jahren erst. Naja, viele Sachen funktionieren auch über Reverse Engineering. Ich frage mich halt, wie das bei dem Punch-Out war, ob die das bisher nicht hingekriegt haben oder ob es einfach keiner versucht hat, weil es vielleicht ein nicht allzu relevantes Game war. Ich weiß nicht, ob das viel gespeedrunnt wird. Also die Games werden ja häufig echt auf Bugs und ähnliches auseinandergenommen, wenn viele Speedrunner da drauf. Deine Überleitungen sind der Wahnsinn. Renan, und zum Thema Speedrunner folgendes. Ja, es gab nämlich den Longtime-Halo-Player Jervalin, glaube ich, ausgesprochen. Und, äh, also ich kenne mich mit Halo nicht aus. Der hat Halo 2 gespielt. Da gibt es irgendwie einen krassen Run, wo man alle Skulls bis auf einen, der irgendwie unsichtbar macht oder so, bla bla bla, muss man schaffen. Das hat keiner geschafft. Das war die ultra krasse Herausforderung. Und von so einem großen YouTuber, den hast du vielleicht auch mal gesehen, der hieß früher, glaube ich, Penguin Z Zero, irgend sowas. Ich gucke den nicht, kein Plan. Und der heißt jetzt Moist Critical. Vielleicht heißt der auch auf Twitch, keine Ahnung. Der hat halt gesagt, 20.000 Euro, nee, Dollar, wenn du das schaffst. Und er hat 40 Tage lang durchgestreamt und die Challenge jeden Tag versucht. Und hat es dann tatsächlich mit, in 6,5 Stunden hat er geschafft, diesen Speedrun zu machen. Und seine Familie war gerade anwesend, als er es geschafft hat. Und 10.000 Leute. Also der hat dadurch quasi seine Twitch-Karriere erst gestartet. Das finde ich assi. Also wenn meine Familie da ist, würde ich nicht streamen. Das stimmt. Weißt du, da kommt die Oma einmal zu Besuch und dann hängst du nur an diesem, an der Zockel. Ja. An der Juckel. Meine Oma sagt, du hängst immer nur an der Juckel. Ja, ne, wenn ihr was trinken wollt, könnt ihr euch ein Glas abwaschen. Ich muss es hier streamen. Ja. Aber legendärer Moment, da wurde Internetgeschichte geschrieben, weil das wurde halt auch live gestreamt und währenddessen hat dieser Typ auch live auf den reagiert, der eben die 20.000 Euro als Kopfgeld quasi in Aussicht gestellt hat. Aber Speedruns sind halt nichts für mich. Ich hab da echt Respekt vor so. Vor allem, wenn es ein Speedrun ist, für den du irgendwie 6,5 Stunden komplett konzentriert sein musst und nicht irgendwie so 20 Minuten. Und dann schön pünktlich bei Stunde 5 und 50 Minuten irgendwie einen schwerwiegenden Fehler machst und nochmal von vorne anziehen machst. Nee, gar keine Chance. Genau das. Aber ich glaub, du bist da schon, du magst ja schwere Games, selbst da bin ich ja schon ein bisschen raus und ich hab auch keinen Bock auf Speedruns. Ja, alles mit Zeitdruck find ich halt einfach nervig. Ich will mich entspannen und nicht irgendwie Stress. Stress ist nicht gut. Es gibt aber auch guten Stress. Okay, nee, verstehe. Den hab ich beim Skaten. Also gibt's ein neues Ding bei Speedrun für Halo 2. Ja. Einen neuen Meilenstein. Also ich biete jetzt hier 20 Euro, wenn jemand von euch das schafft, unter 6 Stunden 29 Minuten 44 Sekunden. Okay, 20 Euro liegen auf dem Tisch. Und das Beste ist, ihr könnt die 20 Euro dann direkt nehmen, um euch ein Thema zu wünschen im brenn.internet. Ach nee, genau. Verschenkt doch einfach einen Gutschein für einen Hörerwunsch. 20 Euro. Okay, dann mach ich das. Das ist für mich preiswerter. Ja. Gut. Schön, schön. Äh, ich hab hier noch was. Warte mal, jetzt hab ich mich weggescrollt. Genau. Ich will ja auch mal was Positives sagen, wenn wir hier sagen, hier, die Welt ist verschitt und so. Das Great Barrier Reef hat nämlich Zeichen von Erholung gezeigt. Und daraufhin hat Australien jetzt tatsächlich die ersten Schritte unternommen, ähm, ihre, ihre CO2-Emissionen um 43 Prozent zu senken. Hammer. Hä? Also, weil sich das Great Barrier Reef wieder erholt hat? Ja, na, das ist so ein, so ein Dingsens jetzt. Okay. So ein, ah, komm, Hoffnungsschimmer, jetzt können wir nochmal was weitermachen. Okay, also. Also, es erholt sich ja nicht. Es hat Zeichen gezeigt, dass es sich langsam erholen könnte. Also. Ja, es ist jetzt nicht. Wie, 40 Prozent runter, in welchem Zeitraum? Mhm. Ja. Ja. Du sollst doch nicht um meine Wissenslücken so, so eiskalt, ja? Okay, also. Das war das Letzte, was ich mir aufgeschrieben habe. Die wollen irgendwann um 40 Prozent runter. Okay, das ist doch schon mal ambitioniert. Ja, ich könnte es halt jetzt auch nachgucken, weißt du? Aber ist okay. Also, wenn es nach mir ginge, dann würden wir jetzt netto negativ CO2 werden, weil ich glaube, selbst wenn wir das tun, wird sich die Erde weiter erwärmen. Was heißt, ich glaube, es ist so. Es ist auch so, ja. Wie war denn das, als Corona angefangen hat und kein Boot mehr gefahren ist, also kein Kreuz? Das war jetzt nicht so schlimm, oder? Ich kann mir vorstellen, dass das halt viele Leute radikal finden, wenn ich sage, einfach von heute auf morgen, Flugzeug, nein. Aber, also, come on. Wer braucht denn Kreuzfahrten? Kreuzfahrten, nein, Flugzeug, nein. Na gut, ich verstehe so Rettungshelikopter, ne? Ja, aber ein Helikopter hat ja auch nicht Kerosin, oder? Das ist ja eher so ein bisschen, ein bisschen weniger umweltschädlich. Ich glaube, das geht gar nicht darum, was er tankt, sondern halt wie viel CO2 hinten auskommt. Weiß ich nicht, was ein Helikopter tankt. Ich weiß nur, dass es halt stets mehr Energie braucht, so viel Luft gegen den Boden zu drücken, dass es ein komplettes, eine Tonne Gewicht hochheben kann, als halt einfach mit dem Zug zu fahren. Aber ich will ja jetzt als Rettungssanitäter auch nicht mit dem Zug zur Einsatzstelle fahren, deshalb können ja Rettungshelikopter bleiben. Ja, es muss radikaler werden, aber ich bleibe dabei, ohne Akzeptanz in der Bevölkerung können wir es eh vergessen, weil dann wird wieder CDU gewählt in der nächsten Wahlperiode, weil die Grünen ja immer nicht verbieten. Und dann haben wir gar nichts gekonnt. Also muss es halt irgendwie so ein, und ich schweife jetzt komplett ins Politische ab, muss es halt so einen Mittelweg geben zwischen Akzeptanz und Nachdrücklichkeit in Klimamaßnahmen. Ja. Weil keiner kann wollen, dass wir jetzt eine Ökodiktatur haben und die Grünen dann abgewählt werden. Das bringt ja auch nichts. Aber das nur am Rande. Was gibt es noch für News? Wir haben ja keine Ökodiktatur oder was. Also noch nicht. Die könnte es höchstwahrscheinlich auch nie geben. Vor allem sagst du, wir haben eine Ökodiktatur und dann werden die Grünen abgewählt. Aber das Geile ist ja an Diktatur, da wird nichts abgewählt. In Anführungsstrichen. Das Ökodiktatur ist ja so ein Narrativ der, sag ich mal, Klimazweifler. Ja. Na, das ist ja auch relativ schnell, naja gut, wer das nicht hören will, hört es eh nicht, aber das ist relativ schnell entkräftet, indem man einfach sagt, es gibt eine Diktatur und die kommt aber halt von der Natur aus und nicht von irgendwelchen menschlichen Kräften. Also wenn die Natur sagt, wir machen jetzt hier Golfstrom, Feierabend, dann wird uns das halt aufdiktiert. Da können wir nichts dagegen machen, so. Oder, weißt du? Ja, ja, die Natur oder... Also müssen wir uns ja quasi dieser Macht fügen. Oder gar die Physik. Wir können es natürlich auch darüber beschweren, dass die überall Schwerkraft ist, ihr Schweine. Ja. Das wäre schon geiler, wenn das so wie auf dem Mond wäre. Ja, aber du weißt ja, wie das Individuum tickt. Ja, Windkraft auf jeden Fall, aber nicht bei mir. Und vielleicht ist der Zusammenhang ja gar nicht da und es wird einfach so wärmer, und dann alle sollen verzichten, nur ich nicht. Also das Problem liegt eher so in der Minderbemitteltheit des Individuums, weil wir vor einem nicht zu fassend großen Problem stehen. Aber vielleicht wünscht sich ja jemand dazu noch einen extra Podcast. Ich glaube es nicht, weil das Thema ist komplett durchgekaut. Lass uns noch 10 Minuten News machen, wenn du noch was hast. Ja, ich habe noch was. Es gibt nämlich einen großen Nachtrag zur Will-Smith-Schelle. Der hat nämlich ein großes produziertes Video gemacht von 3 Minuten mit verschiedenen Kamerawinkeln und hat dabei perfekt die typische YouTuber-Entschuldigung encapsulated, sage ich mal. Es ist halt genau, wie du dir jetzt eine Klischee-Entschuldigung von einem YouTuber vorstellst. Okay. Nur halt hochwertiger produziert, weil es halt Will-Smith ist. Es heißt, it's been a minute. Und er sagt halt sehr viel Geschwaller. Und es hat auch sehr viele Dislikes. Es hat, ich habe ja dieses geile Add-On. Es hat dreieinhalb Millionen Aufrufe, 100.000 Upvotes, Upvotes sage ich schon, und 250.000 Dislikes. Also ganz klar kam das nicht so gut an. Okay. Und es wirkt halt sehr wie Schadensbegrenzung und nicht wie ich entschuldige mich. Und es wirkt halt so, warum setzt er sich da nicht alleine vor sein Handy? Warum muss der da so ein Studio haben, in dem der sitzt, mit fünf Kamerawinkeln, die hin und her schwenken und einem Team dahinter? Das ist ganz, ganz komisch. Ich frage mal so, wäre eine bessere Schadensbegrenzung nicht gewesen, da gar nicht mehr drüber zu reden? Weil ich habe da auch nicht mehr so dran gedacht. Also wenn ich Will-Smith höre, ist das Erste, was kommt nicht, hat dem eine reingehauen. Ja, also wahrscheinlich geht es da mehr um, vielleicht kriegt er halt weniger Angebote jetzt für Filme oder sowas. Ich denke mal, da ist die Industrie schon da hinterher, dann nicht irgendwie ganz groß, das aufs Plakat zu schreiben. Oh, hier, Will-Smith, wisst ihr noch? Ach, ich hätte es, glaube ich, echt ausgesessen. Ich glaube, das hätte geklappt. Er müsste halt einfach mal irgendwie ganz klar sagen, dass das Gewalt oder so nicht geht. Aber sowas tut er halt auch nicht. Er ist halt auch wieder alles so ein bisschen mehr Rechtfertigung. Ja, das war alles so fuzzy an dem Tag. Und ja, schwierig. Und ich bin ein Family Man. Aber es wird halt nie klar gesagt, jo, irgendwie Gewalt ist nicht in Ordnung oder so. Das schlach. Also was ist denn dann überhaupt der Punkt, den er macht? Ich fahre nicht so gut drauf und habe deshalb zugehauen oder? Ja. Ah, okay. Das ist halt, das ist das Geile. Es ist auf den Punkt genau, wie so eine YouTuber-Entschuldigung sein muss, genau auf den Punkt der ersten Sekunde, er setzt sich hin und atmet aus. Jeder Scheiß-YouTuber-Entschuldigung. Daumen und Zeigefinger in die Augen, erst mal so Brille so hoch schieben. Ja, genau. Ja, okay. Ja, nur halt sehr hochwertig produziert. Klasse. Ist auf jeden Fall ein Must-See. Das werde ich mir sicherlich im Anschluss auch nochmal ansehen. Kannst du mir gerne schicken. Gut. Und ansonsten... Vielleicht ist das die beste schauspielerische Leistung, die wir von ihm jemals haben werden. Maybe. Wir haben auch hier noch eine andere Sache. Vielleicht wäre das das entspanntere Szenario gewesen an diesem Tag auf der Bühne, wenn er einfach das nachgemacht hätte, was einem Tänzer von Mirror, das ist wohl eine asiatische Band, passiert ist. Denn dieser Tänzer wurde von einem riesigen, riesigen Bildschirm erschlagen und hat das irgendwie überlebt, soweit ich weiß. Cool. Guck nochmal nach, weil das ist ja jetzt auch schon wieder eine Woche her. Es gab halt auch ein Video davon. Ein Hongkong-Dancer, Mo Lee. Also einer tanzt auf einer Bühne und dann fällt der Bildschirm auf ihn drauf. So eine ganze Gruppe, da wurde halt wieder Geld gespart oder so. Klasse. Und da hängen halt so riesige Bildschirme, wo das, was halt auf der Bühne passiert, nochmal gezeigt wird. Typisch. Und die hängen halt an zwei so Drahtseilen. Und es reißt halt mitten in der Show ab und es ist wirklich, er wird einfach einmal längst von diesem Ding erschlagen. Also es ist wirklich, also ein Bildschirm ist ja schmal und genau diese schmale Seite, da ist er dann als Mensch drunter, so genau passend. Also so richtig Final Destination, so ganz unangenehm. Final Destination kennst du vielleicht nicht. Das ist eine Beleidigung, das ist einer der witzigsten Filmreihen, die es gibt. Achso, okay, gut. Und außerdem, ähm, ja, zwei Sachen, dann gibt's immer diese dämlichen Allmanns, die alles ganz ordentlich machen. Naja. Zeig mir gern das Video. Ich will das... Das ist schon nicht so angenehm. Ach doch, also wenn es überlebt hat, dann finde ich's witzig. Okay. Naja, witzig. Also er ist aus dem Koma aufgewacht, steht hier vor vier Tagen, das ist ja schon mal was. Na, findet er es selber witzig? Ich glaub nicht, dass er aus dem Koma aufwacht und gelacht hat. Aber es ist schon... Erste Frage, habt ihr das drauf? Habt ihr das drauf? Ist das gefilmt? Alter, es ist halt, es sieht halt aus, als wird der einfach enthauptet, Alter. Das ist halt richtig mies, weil das Ding, was wird denn das wiegen? Bestimmt 500 Kilo oder so? Locker, ne Tonne. Alter, okay. Und dann fällt's halt zur Seite um und erwischt noch so einen anderen Tänzer, der versucht es so aufzuhalten. Ich mach jetzt mal Live-Reaction, wenn's okay ist. Es geht nur 50 Sekunden. Ich hoffe, man hört den Ton jetzt nicht. Ja. Das ist Comedy, weil ich hör dich grad nicht. Warum lägen das jetzt so langsam? Du hörst mich grad nicht? Das ist Discord grad wieder am... Da war Discord grad wieder am Abkacken. Aber mich hörst du jetzt. Ja. Okay. Aber das Video... Ja, jetzt ist es geladen. Aus verschiedenen Winkeln. Aus verschiedenen Winkeln. Ja, so ist das, wenn da 10.000 Leute zu gucken. Es ist schon Comedy, weil in dem Moment, wo du gesagt hast, ja, du hörst mich, hab ich dich dann wieder nicht gehört. Aber ist gut. Ist, äh, gut. Äh, ich... Ist ja schon ganz... Ist ja häufiger, der Clip. Ich hab jetzt die ersten drei Clips angesehen. Sieht dich aus, als überlebt man das, oder? Ach, ich glaube, ich glaube, das ist wirklich gar nicht mal so riesig schwer, das Zeug. Vielleicht bin ich mir auch nicht sicher. Aber wenn du überlegst, so ein... So eine normale... Ich weiß nicht, was das jetzt genau war, aber so ein... Was wiegt so ein Fernseher? Der wiegt ja auch deutlich weniger, als man denkt, ne? Inzwischen. Zu Zeiten von Röhrenbildschirmen hätte er sicherlich jetzt mehr Probleme. Da hat er Glück gehabt, ne? Hat er Glück gehabt, dass das jetzt passiert ist. Aber das wär natürlich auch mal gut, so ein schönes Retro-Konzert und dann so riesige Röhrenbildschirme da oben an der Decke. Boah. Aber im Zuge dessen hab ich in den Kommentaren eine nette Story gesehen, dass irgendwie, ich glaub, Van Halen war's, dass die immer in ihre Notes an die Konzertleute, also wenn die irgendwo ein Gig gespielt haben, da haben die dann reingeschrieben, dass die M&Ms haben wollen, aber nur die braun. Ne, andersrum, alle braun aussortiert, weil sie die nicht mögen. Und dann wussten die quasi, wenn die da auf das Konzert kommen und das nicht gemacht wurde, dass dann dieses, dieses, diese Note quasi nicht gelesen wurde, ja. Und dann hat es nicht aufgetreten? Naja, dann, dann haben sie halt das doppelt nachprüfen lassen, Sicherheit und so, bla. Ah. Gab ja auch schon öfter mal Gigs, wo irgendwie durch schlechte Pyrotechnik der Club abgebrannt ist und so Geschichten. Weil die Leute rum am Schlampen sind. Ja, also da kann dir mein Brathahn, der macht veranstaltungstechnischer Hilfe, ein Lied von singen. Mhm. Ja, macht das nämlich ganz ordentlich. Was geht bei der Woche? Ja, äh, einiges, würd ich sagen. Echt? Naja, für mich ist das Trump-Ding, also ja, da gewichte ich ja noch die Sachen, die so die letzten Wochen war, gewichte ich da ein bisschen rein. Aber ja, also natürlich jetzt keine neuen oder so, aber ich, ich wäre schon bei mindestens 7,5, weil dieser FBI-Rate-Shit, der ist für mich halt schon groß. Okay. Also, du musst es so sehen, es ist halt fünf Jahre lang jetzt gelaber. Ja, der Trump, das, das kann er nicht machen. Da gibt's gerichtliche Konsequenzen. Und jetzt ist es das erste Mal wirklich was passiert. Aber wenn du überlegst, das letzte Mal war 10, ne? Ja. So für nichts und wieder nichts. Das war eine symbolische 10. Und jetzt brennt Frankreich, toll. Ja, in Deutschland brennt es auch an einigen Stellen. Jetzt auch jüngst wieder in Berlin, da haben sie auf dem Sprengplatz rumgesprengt und plötzlich brennt der Wald, ne? Geht ratzfatz. Ach, und was ich noch melden wollte, der aktuelle Rheinpegel beträgt 91 Zentimeter. Das klingt wenig. Äh, ja. Was ist ein normaler Pegel? Ich glaub so drei. Uff. Ist das gut jetzt? Oder, also, naja, selbe Sache. Das ist der Durchschnitt wahrscheinlich, oder? Äh, ich glaube, Schifffahrtspegel waren drei, aber da müsste ich nochmal expertenmäßig drauf gucken. Also, ich glaub nicht, dass aktuell die tiefste Stelle bei 91 Zentimeter ist. Nein, nein, auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Das ist gegen den Referenzwert gemessen. Und wenn du in der Mitte einen Graben ziehst, so, dann kommen die Schiffe da auch schon durch und alles. Historischer Tiefstand war übrigens, und jetzt darfst du nochmal raten, wann der war und wie viel das war, wenn jetzt 91 ist. Was, wenn jetzt 91 ist? Ach, 91 Zentimeter. Ich dachte, ja, ich bin dumm. Äh, historischer Tiefstand, ja, entweder ist das irgendwie 2018 erst gewesen, oder es war irgendwie ganz lange vor unserer Zeitrechnung. Mhm, mhm, mhm. Aber wahrscheinlich eher... Jetzt noch die Tiefe, da kommst du auch drauf? Ja, dann sage ich zwei Meter. Was? Nee, warte, das ist zu krass drüber. Der Tiefstand? Na was, wenn... Ach, naja, ach so, warte. Nee, dann sage ich... Ein Meter achtzehn. Äh, dazu sei gesagt, dass wir noch über dem historischen Tiefstand sind. Ach so. Das wusste ich nicht. Dann stimmt, dann hätte ich so wahrscheinlich mehr mitbekommen. Ja, dann sage ich 90. Rate weiter. Neunundachtzig. Ich helfe dir, es ist eine sehr, sehr lustige Zahl. Achtundachtzig? Und damit verabschieden wir uns. 2018 wird übrigens zumindest richtig. Ein schönes Aloha in die Datenautobahn rein. Tschüss. Tschüss. Die Musik ist so laut. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020